Ah, herrlich. Da unten ist die Höhle. Ja, haut immer. Nein, haut nicht mehr. Es ist schon genug nach großem Gestück. Fledermaus-Scheiße hat mir gerade... Ginge eigentlich, ne? Ein Abend hoch. Nein, wahnsinnig. Stimmt. Was fehlt denn jetzt noch? Das ist doch das Fledermaus-Loch, oder? Jawohl, da ist ein Schild, ne? Also... Gehen wir halt mal. Was gibt's? Habe ich gleich gesagt. Komm hoch! Komm hoch! Och nee, ey! Das Dingel-Loch! 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 Und? Das Dingel-Loch! Näm明! Dashams. Haben sie zugemauert, ne? Oh... Oah... Ja und wie weit gehts runter? Das war doch nicht wild oder? Aber aufs, nehmen wir mit. Echt? Ja! Das war doch schon. Das war doch schon. Das war doch? Das war doch schon. Ah! Du kannst einfach mal fahren. Vorsicht, komm! Labe nicht! Schatz! Was sind das alle? So jetzt, ja? Ich hasse Höhlen. Geh vor. Du hast es uns eingebrockt. Oh weh! Gib mal eine Schnur, ich lasse mal den Rucksack nehmen. Ja, dann schmeiß ich auf. Ja, schmeiß ich. Der Rucksack geht doch, oder? Nee! Krieg ich auch Platz? Ich seh gar nichts. Wo ist er jetzt hin? Jetzt haut er sich wieder ab. Ich schaff das auch alleine. So, wie bist du denn alleine? Was? Wie du da rein bist. Kopf über! Kopf voran! Da ist ein... Was? Ja! 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 Ja, hier! Ja! Ja! Da hast du überhaupt keinen Halt. Wohnen! Ja! Ja, super! Da müsste ich ja andersrum rein. Ja, weil ich mich nicht zusammenfalten kann. Ja! Ja! Das tut mir so aus, wie ich finde. Auf über, oder was? Ja! Das ist ja noch schon, oder? Ja! Ja ... Hey! Ja, wir sind bei uns. Ja! Ja! Ja, der macht dich, oder? Ja! Nein, ich bin da, aber die Frage ist, du kannst doch da nicht vorwärts reinklettern. Ja, aber wo setze ich den anderen Fuß hin? Halt dich einfach oben fest. Wo sitze ich denn? Weiter, 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 weiter. Leg mich am Arsch, ich hab einen Krampf in der Arschbacke. Was ist denn das für ein ... Scheiße! Jetzt kommt. So eine Scheiße! Sind hier die Zwerge unterwegs oder was? Meine Fresse! Aber das Schöne ist, dass man auf Kameraden ist. Jetzt reicht es mir aber noch. Ich hab einen Krampf im Arsch. So ein Dreck! Naja, wahrscheinlich mal ein Arsch. Was macht er denn wieder hier? Traurig eine! Traurig eine! Ja! 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 Entschuldigung! Ja! Ich hab mich. Das war's. Ja! Ich hab mich. Ich hab mich. Ich hab mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017